hallo leute und seid herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier bei skyfactory 3 so das letzte mal haben wir den schönen äh so äh falsche richtung äh den schönen transfer note gebaut damit wir unendlich viel cobblestone hier bekommen und sonst weiß ich ehrlich gesagt gar nicht was noch gemacht wurde auf jeden fall war ich gerade noch vor dieser aufnahme ein bisschen hier drin habe ich ein bisschen noch was gemacht zum einen habe ich ein paar bäume gefällt um äpfel zu bekommen damit ich einen apfelbaum habe der grund ist wenn man hier unten bei der hungerleiste guckt das ist doch schon ein bisschen knapp deswegen möchte ich dann mal einen apfelbaum machen damit ich dort ordentlich versorgt werde zum anderen habe ich auch noch mal ein paar stones also paar cobblestone klein gesiebt klein geschlagen einmal zu gravel einmal so dass einmal zu sand und die möchte ich auch noch mal hier mal durch sieben beunruhigt mich ein bisschen auf jeden fall das würde ich noch auf jeden fall nicht immer drin lassen damit ihr seht was ich überhaupt raus bekomme und damit es hier nicht zu langweilig wird mache ich hier wieder eine kleine timelapse an bis gleich 10 9 8 7 6 5 4 3 ok das war jetzt das letzte stück und mal schauen was ich hier alles bekommen habe ok lied nickel kohle gold lapis lorium quarts und iron quarts was denn refined storage wie kommt das mit so bekannt vor ach das wahrscheinlich dieses me system dieses abgewandelte me system ok kakaobohnen iron los von iron gunpowder anziehen spores station spores ach keine ahnung wie das heißt ok ausbeute halbwegs in ordnung ok habe ich da ja deshalb wirksen wohl in ordnung besser geht wohl immer aber ich kann mich da wirklich nicht beschweren so aber auf jeden fall mache ich hier mal einen neuen chest das kommt alles mal da rein und ich würde mal warte mal warte mal bevor ich da die plattform baue ist mir eine sache aufgefallen als ich da so ein bisschen privat gespielt habe und zwar kann man hier solche stone vents machen sind einfach so diese zauberstäbe womit man hier was dann bauen kann jetzt ein bisschen blöd hergeleert äh aber ja wie soll man sagen ok das war knapp und ich mach mal einfach mal hier einen kleinen weg entlang ich werde das doch wahrscheinlich alles in upslaps machen weil dann nerven doch nicht die ganzen monster nur ein paar kleinen stellen lasse ich das dann einmal hoch gehen ok dann auch nochmal hier natürlich das letzte auch so dann nehme ich einfach mal das vent rein und kann so ein bisschen schneller die plattform erweitern und das geile ist es kostet einfach nicht viel nur ein bisschen steine bisschen holz und das war's nur es verbraucht verbraucht sich halbwegs schnell das ist das einzige negativpunkt aber da kann ich rüber hinwegsehen weil ich meine cobblestone haben wir sowieso mehr als genug ok das ist mir die ab selbst ausgegangen ja cobblestone habe ich mehr als genug und Holz eigentlich auch so gut muss ein bisschen vielleicht nachwachsen lassen aber ihr wisst was ich meine gibt es auch hier en masse so dann kann er nicht das hier weg das machen wir auch mal weg interessiert uns nicht mehr und wir brauchen Dirt dafür mache ich mal eine kleine Sache ich nehme ein bisschen eine raus da lasse ich mal so und ich nehme vier Kohle wie habe ich das das hier raus und mache Cleanstone ok so in der privaten Welt also wenn ich so ein bisschen privat hier spiele oder als ich hier ein bisschen privat gespielt habe sind mir ein paar Sachen aufgefallen beziehungsweise ein paar Gegenstände sind mir ja im Blick gekommen die mich doch relativ stark gereizt haben zum einen sind das die mystical crops ne warte mal wie hieß das mystical agrikultur sind einfach solche Pflanzen mit denen man alles verschiedene hochzüchten kann beispielsweise ja gut die Standard Essenzen sind das hier diese Inferium Essenzen kann man hier hochzüchten mit verschiedenen Stärken je höher das Tier dort ist desto mehr geben die ab wenn man die abbaut dann gibt es hier auch nochmal die Sachen wo ich doch ein bisschen mehr hinarbeiten möchte und zwar kann man verschiedene Gegenstände damit wachsen lassen zum Beispiel Stone, Dirt, Wood, Ice, Dye, Nether, Iron also die ganzen Erze kann man hier mit hochzüchten und ich finde das schon geil aber das große Problem das große Manke dort ist dass es sehr aufwändig ist ja ok aufwändig nicht es verbraucht sehr viel Zeit ich meine jetzt wirklich sehr sehr viel Zeit ich habe es geschafft das so weit zu automatisieren dass ich da eigentlich nicht mehr dran gehen muss ich kann auch gleich mal zeigen wie ich das gemacht habe im groben also so ein Harvester wie man das vielleicht normalerweise kennt Harvester gibt es hier nicht äh ja sonst ist mir auch nicht wirklich was bekannt was man nehmen könnte äh um das dort abzugrasen ok es gibt hier wohl ein paar Sachen Farmer, Farming Station habe ich ehrlich gesagt nie wirklich mit gearbeitet und weißt du ehrlich gesagt nicht wie es wie es dort ist aber aber ich habe da eine andere Lösung gefunden ok bei der Farming Station kann ich ja wohl mal gucken wie das dort ist muss sie mal in der privaten Welt ausprobieren aber ich habe das jetzt anders bisschen gelöst und es reicht mir wohl dann gibt es noch eine kleine Sache die ich auf jeden Fall anstreben werde und zwar ist es dieser Growth Crystal Tier 2 zum einen kann man das als Wasserersatz benutzen äh bei den Pflanzen zum anderen verschnellert das den Wachsprozess der Pflanzen enorm also ich meine wirklich enorm normalerweise würde man da stunden gefühlte stunden lang warten bis so eine Essenz fertig gewachsen ist aber dank diesem Teil äh dauert das lass mich lügen paar Sekunden vielleicht ok vielleicht eine Minute ungefähr so jetzt proberichtung aber es geht richtig schnell wenn man da jetzt noch mal irgendwas anderes äh bebaut hat sagen wir mal Weizen oder sowas ist es innerhalb von wenigen Sekunden schon äh bereit was ultra heftig ist und das gibt bei einem 9x9 großen Bereich diesen Effekt ab deswegen werde ich dann irgendwo dort keine Ahnung wo das wo es auch immer hinkommt werde ich dann da was äh äh so ein so eine Station machen oder so eine Plattform wo eben das abgefarmt wird äh hier haben wir noch wo es abgefarmt wird und wie das abgefarmt wird wird mit äh 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 shit wie hieß das jetzt das war auf jeden Fall bei diesem Mod äh wo ist das denn ich bin nicht blind grad first earth ist auch ne nette Sache aber in Zukunft habe ich das jetzt nicht geplant das zu machen und ich finde einfach die Style nicht ach User wie hieß das so User einfach User und zwar ist es diese Mechanical User halbwegs einfach ja okay einfach eigentlich wirklich äh denn man braucht hier so einen Ender Shard den kriegt man wenn man Crushed Endstone siebt das hat nur grad mal 2% Chance oder man äh macht das von einer Ender Perle mit so einem Glass Cutter oder Glass Cutter damit man das da bekommt auf jeden Fall diese Maschinen macht einen relativ guten Job leider leider brauche ich dafür noch so eine Art Energie äh sollt man Solar und zwar werde ich dann diesen Solar Pinelche machen denn er hat da eine äh ähm ja Energieform von GP und diese Maschine braucht eben diese Energieform das ist leider der kleine Negativpunkt ja äh da gibt es dann noch eine Sache und zwar wird er dieses Teil nur so gesehen Rechtsklick machen so wie dieser Autonomous Activator der auch lass mich lügen von Thermal Expansion glaube ich ist äh also relativ ähnliche Funktion also klickt er dann einfach auf diese äh Pflanze Rechtsklick so gesehen und da simuliert dieser Rechtsklick äh dann ploppen diese Pflanzen da raus oder die ganze da was da auch immer rauskommen soll ploppen dann raus und durch einen Hopper durch durch diesen Absorption Hopper nimmt er diesen Teil auf ich sehe gerade Vakuum sind ab in 7x7x7 Arena ok 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 dann müsste ich auch nochmal ein bisschen was überlegen wie man das am besten macht auf jeden Fall wenn da wenn diese Crops was raus ploppen da ist nicht zufällig irgendwas wenn diesen oh hey jetzt das kam weg und zwar man sieht hier mit diesen äh äh mit diesen Essenzen wird das hier gemacht du ich hab schon 5 Stück gefunden nice äh und ich hab den Faden verloren oh ich stehe gegen das denn bitte äh da ja ich hab jetzt den Faden verloren ach man also auf jeden Fall diese Möglichkeit darauf baue ich jetzt und versuche mich langsam dahin zu arbeiten ich werde da bisschen viel Offscreen machen denn das frisst sehr sehr viel Zeit das ist wirklich heftig meine Stimme geht auch langsam weg äh ja andere Sachen also die eher also die Sache die ich eher jetzt anstreben werde ist äh einfach eine Smeltery beziehungsweise ja ja doch ein Smeltery einfach ein Tinkers Construct das ist jetzt erstmal mein Ziel ähm ähm man muss kurz überlegen na komm hälfte weg ne nochmal ich werde da nicht viel brauchen so dann einmal hier kompressed machen denn wir brauchen gravel sand clay ja clay ist klar mehr mehr oder weniger eigentlich äh vielleicht wer das nicht weiß äh clay macht man einfach wenn man Wasser in diesen Barrel rein macht und äh das drüber also drauf drauf legt drauf ja doch drauf legt da rein legt legt man eben äh clay raus also diese Clay Blöcke und bei einem Clay Block kriegt man einfach mal vier Stück raus deswegen werden wir da nicht viel brauchen äh warte mal habe ich das schon gesagt da fällt mir gerade was ein da fällt mir gerade was ein oder soll ich das nächste Folge sagen ne ich werde das glaube ich anfangs nächste Folge sagen ja ich werde das nächste Folge sagen äh bezüglich einen hammergeilen Tipp von Zuschauern was ich übertrieben feiere einfach nur übertrieben so dann nochmal die hier abbauen und ich weiß nicht ob ihr darauf jetzt geachtet habt wahrscheinlich schon äh und zwar hab ich ja mal mein ich gesagt ne hab ich nicht äh ich hab nicht gesagt äh und zwar hab ich eigentlich angenommen dass es hier kein Weinmeiner gibt äh für diejenigen die nicht wissen was Weinmeiner ist äh wenn man eine bestimmte Tasse drückt und ein Block abbaut dann baut sich alles ab was dieselbe ID hat sprich also wenn ich in meinem Fall Ö drücke und hier diesen äh Slap hier abbauen würde würde einfach mal rundherum alles mit abgebaut werden ich hätte nicht gedacht dass es hier tatsächlich drinnen ist aber ja ist es drinnen aber es hat einfach einen anderen Namen also wurde einfach mal umbenannt gut dass da mir jemand das gesagt hat weil sonst wäre das hier überletzend geworden bei einigen stellen da 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 so clay haben wir oh dann das ist dieser sogenannte Weinmeiner für diejenigen die das nicht wissen so ich mach nochmal eine Ladung ja das sollte dann wohl reichen ah nochmal abbauen ok so warte mal wie ging das so ha 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 ok dann doch ein bisschen mehr nehmen weil ich möchte schon gerne ein bisschen größeres Maltory machen obwohl ich das ein bisschen später dann gar nicht mehr brauche weil ich hab da auch schon eine andere Sache wie ich die ganzen Erze verdoppeln kann und zwar wird das mit ah ja man muss jetzt enter äh mit äh add davor anfangen in der IO und zwar ist das mit Amas Hormel damit der das einmal so gesehen klein pulverisiert und ein Alois melter der das dann einfach ja dann eben rennt ich hab kurz hier waren wir verloren ach je die ich würde mal sagen damit es einen kleinen Tacken ein bisschen schneller geht ach komm weg mit dir ich hab dich sowieso mehr als genug gg weg alles ich brauche nur einen so wenn das nicht nochmal ein Schiff mitbekommen obwohl ich das schon mal habe ok das wird schon mal nicht gehen das ist blöd mach ich das mach ich das ich hab ne Idee ach 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 so das haben wir hier rein hier rein hier rein gut Leute ich würde mal sagen das war es jetzt mit dieser Folge damit ich hier was für ein Thumbnail habe es ist nicht viel passiert dieses Mal hab auch nicht relativ also nicht viel geschafft aber dafür hab ich jetzt hier gesagt was ich hier geplant habe so für den Anfangsschritt auf jeden Fall ist es wirklich nur der Anfang es kommt so viele tausend Sachen mit dazu ok Leute ich hoffe euch hat dieser Part gefallen würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Part einschalten würdet hier bei Scalefactory 3 bis zum nächsten Mal Leute und ciao